Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Auto aus Inoclu. Mein Name ist Oka Narici, ich präsentiere Ihnen heute diesen Opel Astra aus dem Modelljahr 2019 mit Intellilux-Scheinwerfern, 18 Zoll Alufelgen, Kieles Envy-Funktion, Ledersitzen und Lederlenkrad, einer schönen Dachreling, einem elektrischen Kofferraum, genug Platz für den großen Einkauf. Jetzt kommen wir noch mal zur Innenausstattung von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug verfügt über elektrisch einklappbare Spiegel, eine Lichtautomatik, Kollisionswarner, Tempomat und Gleichbereinrichtung, Klimaautomatik 2-Zonen, Spurhaltesystem, 6-Gang-Schaltgetriebe, eine elektrische Parkbremse und auch das Navigationssystem. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen gefallen. Gerne würde ich mich über einen Besuch bei uns im Auto aus freuen. Kommen Sie gerne vorbei. Ihr Autohaus Inoklu begrüßt Sie sehr herzlich. Autohaus Inoklu, die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch. Autohaus Inoklu, die Familie Inoklu, die Familie Inoklu. Untertitelung des ZDF, 2020